Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mal mit was ganz Besonderem. Und zwar heute rappe ich, obwohl ich das nicht kann, hier über Hacker und Bow Spammer. Okay, wir wollen jetzt auch nicht lange rumschnacken und fangen gleich mal an. Okay. Apoet, mach den Beat an. Ich zocke aus Leidenschaft, bloß wenn die Bow Spammer kommen, mach ich Kraft. Sie kommen mit Bogen an und machen sich an mein Bett ran. Ich schreie dann, wenn die Pfeile fliegen, bleibt das Geld schnell liegen. Ich finde es sollte Server gehen, wo die Bow Spammer keinen Bogen mehr kriegen. Okay, wir sollten nicht so hart aufs Bow Spammer gehen, denn Hacker sind auch noch am Leben. Zu hackern gibt es auch nicht viel zu sagen, außer Slash, Report und Tschüss. Der Bus für die ist dann auch abgefahren, meistens sage ich dann nur noch bis zum nächsten Server. Dann ist es auch schon vorbei mit der Kassenrederei. Wir wollen uns jetzt auch nicht beklagen. Bad Wars ist und bleibt sehr geil. Auch wenn die Spammer und Hacker bleiben, wollen wir sie jetzt nicht angreifen. Eher will ich die Spammer animieren. Lass den Bogen doch mal liegen. Auch wenn es viele Pfeile gibt, der Knockback Stick ist auch ganz schick. Schick, der kann auch richtig gut zuhauen und den Gegner das Leben klauen. An die Hacker geht das raus. Lass die Hacks lieber zu Haus. Dort stürmt sie keiner Maus. Euch wird so der Hass erspart und der restliche Quark. Denkt immer dran, in jedem von euch liegt Skill, den man nicht durch Hacken verschwenden will. An alle, die ohne Hacks spielen und nicht häufig verlieren, denkt immer dran, Bad Wars soll Spaß machen und die Betten sollen krachen. Und ein gutes Geräusch machen. Eine Bitte an alle No-Skin-Spieler, macht euch bitte einen Skin, denn ein Skin macht fährt aus. Den Rest den Gegner wissen, ihr seid Pros. Am Ende einer Bad Wars Runde muss immer stehen, ein fettes GG, denn könnt ihr gehen. Okay Leute, das war mein kurzer Rap über meine Gedanken, über was ich so zu Hackern und No-Skin-Spieler und Boss-Spammer denke. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr krass freuen. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Applaus